Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Ratingen. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 57 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 750 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. universale